Die Zeit ist gekommen, dass alles geschieht, was meine Propheten euch angebohrt haben. Du Mensch, höre, was ich den Leuten von Israel zu sagen habe. Und das Ende ist da. Ich bringe Unheil über euch, so furchtbar wie man es noch nie erlebt hat. Es kommt unaufhaltsam. Das Ende kommt, das Ende. Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt. Wer es hören will, soll es hören. Wer es nicht hören will, muss die Folgen tragen. Sie sind ein widerspenstiges Folgen. Vor Schrecken gelehnt, lassen alle die Hände sinken. Vor Angst können sie das Wasser nicht mehr halten. Sie ziehen den Sack an und scheren sich den Kopf kahl. Sie zittern an allen Gliedern. Ihre Gesichter sind verstört, weil solche Schande über sie hereinbrechen. Ihr Silber und Gold werfen sie auf die Straße wie Kehricht. Es ist wehrlos geworden. Sie können ihren gewährenden Hunger nicht damit stillen. Angst und Panik erfasst sie. Jeder sucht sie zu retten, aber es gibt keine Rettung, als die sieben Tage vergangen waren. Er ging das Wort Jahwes an mich. Er sagte Du, Mensch, ich bestelle dich zum Wächter, der die Leute von Israel vor drohender Gefahr zu wandern hat. Die Mauer, die ihr mit Tünchen überstrichen habt, lasse ich einstürzen. Sodass kein Stein auf dem anderen bleibt und ihr selbst unter den Trümmern begraben werdet. Deshalb soll es mit eurer verlogenen Wahrsagerei ein Ende haben. Das sage ich. Der Herr, als ich sie in das Land brachte, das ich ihnen mit einem Eid zugesagt hatte, reizten sie mich zum Zeugen mit ihren Opfern, die sie auf jedem Berg und unter jedem grünen Baum darbrachten. Ihren Mahlopfern, Räucheropfern und Trankopfern. Was habt ihr da auf der Höhe zu suchen? Das alles geschieht, was meine Propheten euch angebot haben. Du, Mensch, höre, was ich den Leuten von Israel zu sagen habe. das Ende ist da. Ich das alles geschieht, was meine Propheten euch angebot haben. Du, Mensch, höre, was ich den Leuten von Israel zu sagen habe. das Ende ist da. Ich bringe Unheil über euch, so furchtbar, wie man das noch nie erlebt hat. Es kommt unaufhaltsam. Das Ende kommt. Das Ende. Ihr werdet ernten, was ihr gesät habt. Wer es hören will, soll es hören. Wer es nicht hören will, muss die Folgen tragen. Sie sind ein widerspenstiges Folgen. Verschrecken gelehnt, lassen alle die Hände sinken. Vor Angst können sie das Wasser nicht mehr halten. Sie ziehen den Sack an und scheren sich den Kopf kahl. Sie zittern an allen Gliedern. Ihre Gesichter sind verstört, weil solche Schande über sie hereinbringt. Ihr Silber und Bolt werfen sie auf die Straße wie Kehrig. Es ist wertlos geworden. Sie können ihren gewährenden Hunger nicht damit stillen. Angst und Pan erfasst sie. Jeder sucht sie zu retten, aber es gibt keine Erweckung, als die sieben Tage vergangen waren. Er ging das Wort Jahwes an mich. Er sagte, Du, Mensch, ich bestelle dich zum Wächter. der die Leute von Israel vor drohender Gefahr zu wandern hat. Die Mauer, die ihr mit Tünche überstrichen habt, lasse ich einstürzen, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt und ihr selbst unter den Trümmern begraben werdet. Deshalb soll es mit eurer verlogenen Wahrsagerei ein Ende haben. Und das sage ich, der Herr, als ich sie das Land brachte, das ich ihnen mit einem Eid zugesagt hatte, reizten sie mich zum Zeug mit ihren Opfern, die sie auf jedem Berg und unter jedem grünen Baum darbrachten, ihren Mahlopfern, Räucheropfern und Trankopfern. Was habt ihr da auf der Höhe zu suchen? Die Mauer, die ihr mit Tünche überprüftet, die ihr mit einem Eid und mit ihren Part, oder wie man das mit dem Zahn. Dieität,